Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video im Themengebiet der Maßtheorie und wie immer geht ein großer Dank an alle Unterstützer auf Steady. In diesem und in den nächsten Videos möchte ich das Thema äußere Maße behandeln. Mit dem Thema kommen wir wieder eher zurück in die Grundlagen der Maßtheorie. Und zwar will ich, nachdem wir den Fortsetzungssatz von Kara Theodori schon oft angewendet haben, ihn nun auch endlich beweisen. Und um das zu tun, brauchen wir ein sehr wichtiges Hilfsmittel und es stellt sich heraus, dass diese Hilfsmittel genau diese äußeren Maße sind. Aus dem Grund kann ich auch sagen, dass man für eine Einsicht oder ein Verständnis der Maßtheorie die äußeren Maße erstmal ignorieren kann. Man benötigt sie aber dann sofort, sobald man in die technischen Details einsteigen will und zum Beispiel solch einen Satz beweisen möchte. Der Name kommt daher, dass man Mengen auf eine gewisse Art und Weise von außen approximieren möchte. Aber darauf komme ich später noch zurück. Was ich in dem Zusammenhang aber direkt sagen sollte, ist, dass die zwei Wörter auch zusammenhängen. Äußeres Maß ist wirklich ein neuer Begriff. Damit möchte ich nochmal betonen, dass Äußeres eben kein Attribut für den Begriff Maß ist. Insbesondere ist es hier extrem wichtig zu sagen, dass äußere Maße eben keine Maße im üblichen Sinne sein müssen. Mit den Warnungen am Anfang kann ich aber auch sagen, dass die Konstruktion von äußeren Maßen gar nicht so kompliziert ist. Im Prinzip ist es sogar einfacher als für das, was wir schon als Maße kennen, weil wir erstmal auf die Sigma-Algebra verzichten können. Und nun spanne ich euch nicht länger auf die Folter und präsentiere die Definition. Wenig überraschend, auch ein äußeres Maß ist erstmal eine Abbildung, die auf Teilmengen einer Grundmenge x definiert ist. Und was wir nun zulassen können, ist tatsächlich die ganze Potenzmenge. Und für die Wertemengen sind wir jetzt schon gewohnt, dass wir die nicht-negativen Zahlen zulassen, wobei wir auch das Symbol unendlich mit einschließen. Und nun heißt so eine Abbildung, die ich nun immer mit diesem kleinen Vieh kennzeichne und eben nicht mit dem µ, um es von den normalen Maßen zu unterscheiden. So eine heißt ein äußeres Maß, wenn drei Eigenschaften gelten. Nun sollte man nie vergessen, dass wir immer den normalen Begriff des Volumenmessens abstrahieren wollen. Also wir werden nie irgendwas Verrücktes fordern, sondern immer nur, was auch im Volumenmessen Sinn ergibt. Und die erste Eigenschaft kennt ihr auch schon, das ist, wenn wir die leere Menge reinsetzen, ja, dann muss Null herauskommen. Die leere Menge soll kein Volumen haben. Und auch die zweite Eigenschaft ergibt in diesem Bild Sinn, wenn wir uns nämlich nun eine Teilmenge von einer anderen Menge anschauen. Ja, also auch da können wir ein kurzes Bild zeichnen. Hier haben wir vielleicht die Menge B und die Menge A liegt nun innerhalb von der Menge. Und beides sind natürlich Teilmengen der Grundmenge X. So, was sagt das für das Volumen? Das Volumen von A sollte wo kleiner sein als das Volumen von B. Und das ist auch eine kleine Gleichbeziehung hier. Und das ist, was wir als Monotonie des äußeren Maßes bezeichnen. Wohlgemerkt, die Eigenschaft B hatten wir auch für normale Maße. Wir mussten sie nur nicht in der Definition fordern. Die folgte aus den Eigenschaften der Definition direkt. Gut, aber hier brauchen wir noch eine dritte. Und auch die kennen wir schon in einer Art. Nämlich, nun wählen wir eine Folge von Teilmengen. Ich schreibe das als A1, A2 der Potenzmenge. Und für die gilt dann, wenn wir uns die Vereinigung anschauen und diese dann messen, dann wissen wir, dass die auch kleiner gleich sein muss, als wenn wir alle Maße von den Mengen aufaddieren. Auch das ergibt Sinn in unserem Bild hier. Wohlgemerkt, wir haben hier keine Disjunktheit. Die Mengen können einen Überlapp haben, wie in dem Bild. Und das bedeutet, hier auf der rechten Seite würden wir den Teil hier in der Mitte auch zweimal zählen. Weil wir einmal das Maß von A1 und einmal das Maß von A2 haben. Und addiert würden wir den Teil halt doppelt haben. Aber nicht auf der linken Seite. Das heißt, im Allgemeinen haben wir wirklich hier eine echte Ungleichung. Und da wir das für abzählbar viele Mengen verlangen, also der Index läuft hier in den natürlichen Zahlen, nennen wir das die Sigma-Subadditivität. Und das ist auch schon alles, was wir für ein äußeres Maß brauchen. Ihr seht also, das sieht so aus, als wäre es eine gute Abstrahierung für das, was wir als gewöhnliches Volumenmessen kennen. Allerdings wisst ihr ja schon, dass das mit der ganzen Potenzmenge für das wichtige Lebesgue-Maß so nicht klappen kann. Und auch hier in Teil C seht ihr ja, dass es für die disjunkteten Mengen eben keine Forderung für die Gleichheit gibt. Also das, was wir als Sigma-Additiv bezeichnen, gibt es für das äußere Maß erstmal nicht. Deswegen ist die natürliche Frage hier, wenn ich ein äußeres Maß Phi hinschreibe, wie komme ich denn dann zu einem gewöhnlichen Maß My? Oder anders gefragt, wie bekomme ich für die Abbildung Phi auch die Sigma-Additivität? Und wir wissen auch schon, im Allgemeinen wird das nicht für die ganze Potenzmenge funktionieren können. Das heißt, das erste, was wir tun müssen, ist die Mengen, die wir betrachten, einzuschränken. Und das führt uns dann wieder dazu, dass wir eine Sigma-Algebra bilden, die aus den Mengen besteht, die wir dann messen wollen. Und das führt uns nun zur nächsten Definition. Was sind denn die guten Mengen, die wir so messen können? Und das führt uns nun auch auf unseren Begriff. Für ein äußeres Maß Phi nennen wir eine Teilmenge der Grundmenge x, also als Element der Potenzmenge geschrieben, phi messbar. Wenn es egal ist, welche weitere Teilmenge wir wählen, und die nenne ich jetzt mal einfach q, also auch in der Potenzmenge von x. Und für diese gilt nun folgendes. Wir können uns das in diesem Bild nochmal anschauen. Hier haben wir die Teilmenge a und nun wählen wir eine weitere Teilmenge q, die können wir vielleicht hier mal kurz hineinskizzieren. Und nun ist diese Teilmenge q in zwei Teile zerlegt worden. Einmal der Teil in a und natürlich der Teil außerhalb von a. Oder hier nochmal in Formeln. Da haben wir den Schnitt mit a und dann haben wir den Schnitt mit dem Komplement von a. Ja, und nun messen wir diese zwei Sachen und addieren sie. Ja, mit dem äußeren Maß gemessen. Und nun würden wir sagen, das ist sinnvoll gemessen, wenn dort wieder das Maß von q herauskommt. Das bedeutet nun, wir nennen eine Teilmenge gerade phi messbar, wenn sie so gut ist, dass sie jede andere Teilmenge in zwei Teile zerlegt, sodass dort unsere Mengenfunktion, unser äußeres Maß, tatsächlich additiv ist. Und das ist offensichtlich der erste Schritt zur Sigma-Additivität. Jetzt kann ich dazu noch sagen, üblicherweise, wenn ihr die Definition in Büchern findet, dann steht hier ein größer Gleich. Ja, das liegt einfach daran, dass das kleiner Gleich schon hier in der Eigenschaft c steckt. Ja, und beides zusammen ergibt dann genau die Gleichheit. Und nun zum Abschluss dieses Videos möchte ich einen kleinen Cliffhanger zeigen, was wir im nächsten Video aber genauer machen werden. Der wichtige Satz lautet nun, wenn wir ein äußeres Maß auf der Grundmenge x haben, dann gilt, dass alle diese schön messbaren Mengen, und die nennen wir jetzt mal geschwungen a phi, das heißt, das sind alle Teilmengen in unserer Grundmenge x, sodass a gerade phi messbar ist. Und die bilden nun eine Sigma-Algebra. Wogemerkt, das ist der erste Teil, den wir für das Maß brauchen. Und in der Tat, wenn wir nun eine Abbildung auf dieser Sigma-Algebra definieren, die ganz klar definiert ist, indem wir sagen, naja, wir setzen eine Menge in µ ein, und dann setzen wir sie einfach in phi ein. Oder in anderen Worten, das ist einfach die Einschränkung von phi auf diese kleinere Menge a phi. Und die Aussage ist nun, ja, diese neue Mengenabbildung ist tatsächlich ein gewöhnliches Maß. Ihr seht also, das ist schon mal ein sehr schönes Ergebnis. Und im nächsten Video werde ich dann ein paar Beispiele von äußeren Maßen bringen, und ihr werdet sehen, dass die gar nicht so schwer zu konstruieren sind und dass der Satz dann hilft, um ein ordentliches Maß zu bekommen. Und wenn dann Interesse besteht, werden wir diesen Satz natürlich auch beweisen. Und damit gerne bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020